Stell dir vor, du bekommst einen Heiratsantrag und am nächsten Tag wird die Beziehung beendet. Solch ein widersprüchliches Verhalten verstehen zu wollen, führt oft in destruktive Gedankenschleifen. In diesem Beitrag geht es darum, warum Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen so inkonsistent handeln, was Bindungsangst damit zu tun hat und was das für dich bedeutet. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Warum narzisstische Personen widersprüchlich handeln Die Zusammenhänge zu verstehen, kann es dir erleichtern, dir einen Weg aus der Verwirrung zu wahren. Es hat einige Ursachen, weshalb sich Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Zügen so widersprüchlich verhalten. Narzisstische Persönlichkeiten leiden oft unter Bindungsangst und das hat verschiedene Gründe. Erstens, Ursprung in der Kindheit. Narzisstische Personen haben in ihrer Kindheit oft eine unsichere Bindung erfahren. Kinder, die dem Ausgesetzt waren, lernten, dass sie sich nicht auf ihre Eltern oder Bezugspersonen insgesamt vertrauen konnten. Daraus entstand die Überlebensstrategie, sich nur auf sich selbst zu verlassen. Sie wuchsen isoliert auf mit einem stark beschädigten Selbstwertgefühl. Und anstatt sich der Heilung und persönlicher Entwicklung zu widmen, setzen sie dann auf Narzissmus als Lösungsversuch. Die innere Leere und der Schmerz der empfundenen Defizite soll durch eine Fassade versteckt werden. Aller Aufwand in den äußeren Schein. Entsprechend bleibt kaum etwas für den Inhalt übrig. Darauf liegt kein Segen. Eine Besserung ist nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Zweitens, tiefsitzende Unsicherheit. Trotz ihres äußeren Auftretens, geprägt von Geschauspieler, Selbstsicherheit und Überlegenheit, haben viele Narzissen tiefsitzende Unsicherheiten und ein fragiles Selbstwertgefühl. Diese Unsicherheiten führen zu Angst vor Zurückweisung und Verletzung, wenn sie sich emotional an andere binden. Drittens, die Suche nach Bestätigung. Als vom Ausweis her Erwachsene suchen narzisstische Personen ständig nach Bestätigung und einseitiger Liebe, können jedoch gleichzeitig keine engen Bindungen aufrechthalten. Und das führt zu widersprüchlichem Verhalten. Heute Liebesbekundung und Nähe, morgen Ablehnung und Distanz. Heiß, kalt, nicht zu fassen und verletzen. Viertens, Angst vor Kontrollverlust. Narzissen haben ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle. Sich emotional zu binden bedeutet, einen Teil dieser Kontrolle abzugeben, was bei ihnen Ängste auslöst. Sie fürchten, durch Nähe verletzlich zu werden und die Kontrolle über ihre Gefühle zu verlieren. Fünftens, negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Einige Narzissen haben in früheren Beziehungen traumatische Erfahrungen gemacht, die zu ihrem Misstrauen und zu ihrer Angstverbindung beigetragen haben. Diese Erfahrungen können emotionale Wunden hinterlassen haben, die sie vor weiterer Verletzung schützen wollen. Sechstens, Idealisierung und Abwertung. Narzissen neigen dazu, ihre Partner anfangs zu idealisieren, nur um sie später abzuwerten, wenn diese ihren unrealistischen Erwartungen nicht entsprechen. Diese ständige Dynamik der Idealisierung und Abwertung, der narzisstische, missbräuchliche Kreislauch, macht es ihnen schwer, stabile und gesunde Bindungen einzugehen. Neuntens, nee Quatsch, siebtens, siebtens, Identitätsprobleme. Siebtens. Emotionale Intimität erfordert Ehrlichkeit und Verletzlichkeit. Narzissen haben oft Schwierigkeiten, echte emotionale Nähe zuzulassen, weil sie ihre Schwächen und Verletzlichkeiten unbedingt verbergen wollen. Diese Angst vor echter Intimität verstärkt ihre Bindungsangst. Diese Faktoren zusammenführen dazu, dass Narzissen trotz ihres Verlangens nach Anerkennung und Bestätigung so oft große Schwierigkeiten haben, stabile und gesunde Beziehungen zu führen. Wechselspiel von Nähe und Distanz. Was da auf Zielpersonen zukommt, ist äußerst verwirrend. Himmel und Hölle wechseln sich ab, Extreme sind häufig. Narzisstische Personen beginnen Beziehungen oft mit intensiver Zuneigung, sogenanntem Lovebombing. Sobald sie jedoch das Gefühl haben, dass die Beziehung zu ernst wird, ziehen sie sich zurück und beginnen, ihre Partner abzuwerten. Dieses Hin und Her ist verwirrt, es macht Partner emotional abhängig. 2. Die Angst vor Nähe und Verlust der Autonomie Narzisstische Personen haben panische Angst vor dem Verlust ihrer Autonomie. Sobald eine Beziehung zu entnehmen wird, zu nah wird, erhöhen diese ihre Mauern oder sie brechen die Beziehung ab, um ihre Freiheit zu bewahren und Blicke hinter die Fassade zu unterbinden. 3. Auswirkungen auf Partner Die Auswirkungen auf dich können immens sein. Und oft zieht sich das Netz so zu, dass du es viel zu spät merkst. 4. Emotionale Achterbahn Als Partner einer narzisstischen Person erlebst du eine emotionale Achterbahn. Du wirst erst mit Liebesbekundung überschüttet und dann plötzlich abgelehnt, fallen gelassen. Dieses Verhalten ist nicht nur verwirrend, sondern kann auch zu tiefen emotionalen Verletzungen führen und geschieht ja doch sehr oft. 5. Verlustangst Wenn du dich in einer solchen Beziehung befindest, kann es sein, dass du selbst Verlustängste hast. 6. Vertroffene von narzisstischem Missbrauch haben oft Verlustangst. Und das liegt an einer ganzen Reihe von Gründen. 7. An den manipulativen Techniken Narzissten verwenden oft Techniken Gaslighting und Lovebombing, um ihre Zielpersonen emotional abhängig zu machen. Und diese Techniken verwirren Zielpersonen und lassen sie an sich selbst zweifeln, wodurch eine starke emotionale Abhängigkeit entsteht. Aber das bleibt nicht ohne Folgen. 2. Instabile Beziehungen Narzissten schaffen oft eine instabile und unvorhersehbare Beziehung, in der das Opfer, die Zielperson ständig um Bestätigung und Anerkennung kämpft. Diese Unsicherheit führt zu Verlustangst, weil Zielpersonen nie sicher sein können, wann und ob der narzisstische Partner die Beziehung beenden wird, was als nächstes kommt. 3. Isolation Narzissten isolieren ihre Zielpersonen häufig von Freund und Familie, was dazu führt, dass Zielpersonen das Gefühl haben, dass die einzige emotionale Unterstützung vom narzisstischen Partner kommt. Und diese Isolation, die daraus resultiert, verstärkt die Angst, verlassen zu werden, weil Zielpersonen sonst niemanden mehr haben, auf den sie sich stützen können. 4. Selbstwertgefühl Durch die ständige Abwertung und Kritik verlieren Zielpersonen oft einen großen Teil ihres Selbstwertgefühls. Sie bekommen den Eindruck, dass sie niemand anderen finden können, der sie akzeptiert, der sie liebt, dass die Angst vor dem Verlassenen werden weiter verstärkt. 5. Traumatische Bindung In vielen Fällen entwickeln Zielpersonen eine traumatische Bindung an Narzissten, bei denen sie trotz Missbrauchs starke Gefühle der Loyalität und Zuneigung empfinden. Und diese Bindung kann es Zielpersonen sehr erschweren, sich vorzustellen, überhaupt nur ohne den narzisstischen Partner zu leben, was die Verlustangst verstärkt. Diese Faktoren zusammen führen dazu, dass Betroffene von narzisstischem Missbrauch oft tiefgreifende Verlustängste entwickeln, die ihre Fähigkeit, gesunde und sichere Beziehungen zu führen, stark beeinträchtigen können. Und das hält an. Und das wird unterschätzt. Solche Verlustangst macht dich anfällig für das manipulative Verhalten von Narzissten auch in der Zukunft. Je länger du in dieser Beziehung bleibst, desto tiefer verankert sich diese Angst. Aus der toxischen Beziehung ausbrechen. Zeit für einen Schlussstrich. Lass es endlich hinter dir. Besser wird es nicht. Schau genau hin. Erlaub dir an dieser Stelle entsprechende Enttäuschung. Lege Täuschung ab. Den Kreislauf durchbrechen. Es ist so wichtig, dass du den Kreislauf von Nähe und Distanz erkennst, ihn durchbrichst, merkst, dass es nicht in Ordnung ist. Es ist unangemessen. Arbeite an deiner eigenen Verlustangst und mach dich emotional unabhängig. Ein starkes Selbstwertgefühl und Selbstliebe sind Schlüssel, um nicht erneut in eine solche Beziehung zu geraten. Wenn du Schwierigkeiten hast, diesen Schritt allein zu gehen, dann such dir Unterstützung. Überhaupt. Coaching oder Therapie, je nach Thema und Weg, kann dir helfen, deine Verlustangst zu überwinden und gesunde Beziehungsstrategien zu entwickeln. Es lohnt sich. Fazit Ein Heiratsantrag, gefolgt von einer plötzlichen Trennung, das kann ein Bindungsangst und narzisstischem Verhalten liegen. Das und auch andere Beispiele sind zwar kaum zu glauben, doch sie sind recht häufig. Deswegen, verstehe die Gründe zu diesem Verhalten, arbeite an deiner emotionalen Stärke und suche bei Bedarf professionelle Hilfe. So kannst du dich aus der toxischen Dynamik befreien und du kannst gesunde, erfüllende Beziehungen aufbauen. Drum, bleib stark und arbeite an einem erfüllten Leben, was es verdient. Ja, das ist die Moral. Mögen dir solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was narzisstischen Zeitgenossen wie Narzissen vor sich geht, welche Rolle Bindungsangst dabei spielt und so kannst du besser einschätzen, welches unangemessene Verhalten dich erwartet, klären, wie du dazu stehst. Meine Empfehlung, schieb dem einen Riegel vor und lass das nicht zu, denn darauf liegt kein Segen. Und wenn du Erfahrungen mit Narzissen hast, Fragen oder respektvolle Kommentare, dann bitte, tauschen wir uns aus. Unterstützen wir uns. Machen wir uns Mut. Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns. Und jene auf, die uns am Herzen liegen. Passen wir uns.